Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe und zu einem neuen Video. Heute waren wir mit euch auf dem Chiemsee unterwegs. Besucht haben wir mit euch die Herreninsel, das Schloss auf der Herreninsel und somit auch die Fraueninsel. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem Film. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.